Der Herr des Verastes Mein Name ist Thomas Fassbünder, Publizist und Russlandfreund. Mit meinem Sohn Leo bin ich Anfang Februar nach Eumyakon gereist, an den kältesten, besiedelten Ort der Welt. Zwei Generationen, ein Abenteuer. Schau dir dieses irre Licht hier an, das ist doch, das Licht ist geil. Geile Landschaft. Wahnsinn, das Licht ist fantastisch. Unglaublich. Ja, das sieht bei uns halt irgendwie anders aus. Ein letzter Spaziergang durch Eumyakon. Abschied von einer irrealen Welt. Sie ist gespenstisch und fasziniert. Kalt, abweisend, intensiv. Wie ein tiefer Rausch, der alles andere vergessen lässt. Männerauto, Wasek. Drei, sechs, acht, drei, drei, drei Stunden raus. Also die Lanze werde ich vermissen. Ich auch. Absolut. Unglaublich. Absolut. Ich weiß nicht, warum man hierher wiederkommen wollen sollte. Aber ich werde wollen wollen. Wohin sollte man nicht wiederkommen wollen. Ja, es ist so, es ist so einzig. Ja, ich meine, es ist ja ein Ding, das hier aus der Telltale hat. Diese Telltale ist so durchschritten. So, man geht. Hat man eigentlich nicht so. Das ist ganz so beziehungsüchtig. Eine gemütliche Fahrt. Die Russen haben da ja auch so ein gigantisches Arctis-Mobil gebaut. Ja, ja. Aber das war, ich finde, sehr erfolgreich, glaube ich. Ach so, in Serien. Nee, nicht in Serien. Ich habe eben zwei Stück davon gebaut. Hinter diesem Tor liegt die Residenz des Kältekönigs, Chischa-Na genannt, im Berg Ebhehaia bei Tomtor, einem Nachbarort von Oimjakon. Im Berg herrschen beständige Minus 18 Grad. Jahr ein, Jahr aus. Daher wurde der Schacht auch lange Zeit als Eiskeller genutzt. Doch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor 30 Jahren gibt es hier kein Kombinat mehr, das einen Eiskeller braucht. Und diese Reise, die zum Kältekönig? Das sind in den vergangenen Jahren, in 1962, da war hier ein Liednik. Ah, Liednik. Liednik. Und dieser Liednik Das ist der Landwirtschaft. Das ist der Landwirtschaft. Das ist die Landwirtschaft. Hier harnen sie ihre Herzen. Mäso, Pischeprodukty. Ja, Pischeprodukty. Hier ist die Röder. Wir haben hier ein nationales Blut, Straganina. Wir haben uns hier mit unseren nationalen Blut. Wir sind schon wieder hinter der Bar. Das ist die Stoppe. Das ist kein Alkohol. Nichts da. Hier wird nicht getrunken. Wir müssen das rüber. Hier herrscht der Frost, nicht der Schnaps. Leo, bist du noch da? Ja. Hier ist der Stein, der die ganzen Sonnenbrille aufhört. Hier ist die Tron Cisthana. Hier sind die Gläser und ihre Augen. Hier ist ein gornes Baran. Hier ist der Tron Cisthana. Der Tron. Leo, komm, komm, komm. Noch gehört das Alter auf den Tron. Ach, komm, 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 komm. Du kannst da bei den Sklaven ankommen. Das sieht doch ganz anders aus, wenn ich hier sitze. Das sieht doch ganz anders aus, wenn ich hier sitze. Der Herr des Frostes. Der Tron des Herrn des Frostes. Ja. Der Herr des Herrn ist der Zim, der Köln und der Tron. Und die Kulrapatke, die tronieren oder die tronieren? Nein, das sind die Augen und die Augen und die Augen. Das sind die Augen und die Augen und die Augen. Die Augen und die Augen und die Augen. Du kannst dich auch mal hinsetzen. Nein, nein, nein. Jetzt bist du beleidigt, gell? Du bist hier so eine Kulrapatke. Würfelchen. Wut es da rutschen? Wut es da rutschen? Ich kann es gut. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So schaut's aus. Das gefällt mir. Man rutscht hier runter. Na gut. Da muss ich mich fragen, was das für ein Stein ist. Ah, der Limmert. So, gehst du hier. Diese комнаte называется «Ispолнение желаний». Ja, wir proben. Ihr könnt da satteln und sagen, dass ihr ihr желatet. Und in diesem wird eine священная Sowa. Ja? Ja. In diesem размер gab es so eine Sowa. Eine Säge. Ja. Wie sitzt du? Es wünscht sich wunderbar. Ich bin voll der Wünsche. Da ist Drah, da, da. Da, da. Das ist die Wünsche. Das ist die Wünsche. Sehr froh. Das musst du auch mal versuchen. Na gut. Einmal wünschen. Du musst die Eule anschauen, das Licht, was durch die Eule kommt. Ah ja. Ja. Merkst du? Und jetzt die Wünsche kommen lassen. Locker machen. Ja, ja. Ich spür es. Und es geht dann nach oben raus. Genau. Und die Eule, die fokussiert die Wünsche. Schaut sehr streng. Schaut streng? Ja. Aber ist gut. Ich fühle mich auf jeden Fall schon irgendwie erhaben. Weisheit ist auch nichts für Luschis. Ja. 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 Super. Es funktioniert? Ja. Wir wissen, ob es funktioniert. Ja. Ja. Es war nicht so, dass es so viele Schnee gibt. und dicht verschneiten Sees. Wie benutzt du das Meis? Ja, nur noch 3 Jahre. Ja, ja. Ja, ja. Da noch 15 Jahre lang. Aber eigentlich in Jakubien alles essen, ja? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann benutzt du das? Ja, das ist so. Das ist so. Das sind so ein Murun. Das ist Murun. Das heißt Mourne. Ja, Mourne. Und heißen Sie? Ja, heißen Sie. Ich habe nur die Stücke. Ja, ja, ja. Hier sind Mourne. Ihr braucht ein Thermobelieu. Wir haben ein совремiges Thermobelieu. Und alles. Aber nicht die Kämse? Ja, die Kämse sind sehr. Was machen Sie? Sie helfen? Ja, sie helfen sich. Sie helfen sich. Sie helfen sich. Ja, sie helfen sich. Sie helfen sich. Ja, sie helfen sich. Wie sieht man, wenn sie helfen? Nein, wenn sie sich schäuert, sieht man sich. Ah, ok. Sie sind schäuert. Wie haben Sie diese Arbeit gemacht? Ihr Vater? Das war ich schon seit Jahren. Und jetzt bin ich. Und auch? Ja, wir sind auch. Und hier? Ja. Das ist eine Baut. Das ist eine Baut. Mit den Häuschen mit den Häuschen. Mit den Häuschen. Das ist eine Baut. Das ist eine Baut. Das ist eine Baut. Ja, eine Baut. Ja, die Baut. Und dann? Ja. Ja, in februar. Aber hier kommt man etwas von dir? Oder ist das, wenn du in die Stadt kommst? Ja, wenn du in die Stadt kommst, kommst du in die Stadt, kommst du in die Stadt. Du kommst in die Stadt? Oder kommt die Fahrzeuge? Ja, die Fahrzeuge. Aber hier ist es zu weit entfernt. Ja, ja. Wenn du hier mit dabei bist, kannst du auf die Fahrzeuge gehen. Wie lange kann man mit dem Weg fahren? Der Dневной Weg. Ah, Dневной. Sie können? Ja, sie können. Sie können. Die Dünne und die Dünne. Also, in 2-3 Wochen kann man mit dem Yakutsk fahren? Ja. Aber trotzdem muss man mit dem Dnövken fahren. Das ist für ein paar Monate. Ja, ein paar Monate. Das ist auch nicht schlecht. Es ist удобно. Ja, es ist удобно. Man kann mit ihm sprechen. Man kann mit dem Dnövken sprechen. Ja, mit dem Dnövken. Ja, mit dem Dnövken nicht. Ja, mit dem Dnövken. Es sind die gleiche, wie in Finnland. Oder wie in Finnland? Oder wie in Finnland? Ja, in Finnland. In Finnland wahrscheinlich weniger. Mängchen? Mir auch. Manche? Manche. Ja. In Chukotka? Ja. In Chukotka? In Chukotka? Ja. In Chukotka. Ja. Na 2-3 Wochen? Ja. Ja. In Chukotka. Okay. Soll ich nach vorne? Ja. Geh du nach vorne. Na gut. Ich krieg dann die Fahrtwind ab. Ja, kackt das. Guten Tag. Morgen. Der hat einen Schlitten für sich alleine. Oh, das geht schon los. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Däscher, Danzer, Donner und Blitz. Wir haben nur 4 Rentiere, aber auch keine Geschenke dabei. Doch obwohl sie nicht fliegen können, ist es eine Fahrt wie mit dem Zauberschlitten. Oh, ja, ja. Wir fallen wahrscheinlich auch gleich hier um. Schön wie der Weihnachtsmann. Aber ehrlich. Wie der Weihnachtsmann. Santa Claus. Immer mal ein schönes Santa Claus. Aber er muss jetzt Anlauf nehmen. Wann heben wir denn ab? Jingle bells, jingle bells, jingle on the way. Oh, what fun is to drive and drive. Hey! Ja da, wenn du gibst. Untertitelung. BR 2018 Ein wüstes Dorf. Wer lebt wohl in dem einzigen bewohnten Haus? Wir wollen es herausfinden, aber die Einheimischen raten uns ab. Es gebe nicht nur gute Menschen hier, sagen sie. Fünf ist es. Nein, hör auf. Wieso krumm? Ich habe da eben auf die Uhr geschaut. Sechs Uhr? Fünf. Hä? Zeitzonen, Alter. Das hier, die Grenze. Wahnsinn. Wir haben jetzt die neun Stunden nach Berlin. Hier sind es acht Stunden. Von hier ist eine Stunde bis zu dir? Ja. Da schaust du. Gesetze der Physik. Ich verstehe das nicht. Ich bin zu alt.